Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und im heutigen Video besprechen wir, wie man die Calciumabsorption im Rahmen einer veganen Ernährungsweise optimieren kann. Im ersten Video zum Thema Calcium von letzter Woche haben wir bereits besprochen, wie man quantitativ genügend Calcium zuführen kann. Wenn man das Video noch gesehen hat, sehr gerne hier klicken. Und im heutigen Video besprechen wir, wie wir aus dieser guten Zufuhr auch eine gute Absorption hinbekommen, sodass man nicht nur viel zuführt, sondern auch viel aufnimmt. Man weiß, eine gute Calcium- und auch Vitamin-D-Versorgung von Kindesbeinen an, gepaart mit regelmäßiger körperlicher Betätigung während des gesamten Lebens, das sind die Hauptzäulen für eine gute Knochengesundheit. Wie sehr sich die Knochenmineraldichte zur sogenannten Peak-Bone-Mass, also zur maximalen Knochendichte insgesamt erhöhen kann und wie gut sie im Laufe des Lebens erhalten bleibt, ist von einer ganzen Reihe an Nährstoffen und Verhaltensweisen abhängig. Wir sehen einige der wichtigsten Nährstoffe hier in dieser Grafik. Man sieht anhand der Abbildung, dass Calcium zwar ein wichtiger Nährstoff für die Knochengesundheit ist, aber bei Weitem nicht der einzige und dass mehr als ein Dutzend unterschiedliche Stoffe gibt, die für die Knochengesundheit wichtig sind. Außerdem weiß man laut WHO, dass etwa 50 Prozent der Knochengesundheit den Genen geschuldet ist. Die andere Hälfte haben wir allerdings selbst in der Hand bzw. auf unserem Teller, in dem wir uns Calcium-Reihe ernähren und noch eine ganze Reihe weiterer wichtiger Einflussfaktoren beachten. Wie viel Calcium dabei überhaupt aus der Nahrung absorbiert wird, hängt dabei von einer Vielzahl an Faktoren ab, die wir in dieser Grafik aufzeigen und nachfolgend noch im Detail besprechen. Insgesamt weiß man, je mehr Calcium man auf einmal zuführt, desto geringer ist die prozentuale Absorptionsrate. Daher ist es von großer Bedeutung, dass man mehrmals täglich kalziumreich isst oder wenn man supplementiert die Tagesdosis auf mehrere Einheiten aufteilt, um entweder über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel mehrere kleinere Dosen anstatt einer großen zu bekommen, weil man dann prozentual mehr Calcium aufnehmen kann. Generell niedrige Absorptionsraten findet man von Haus aus in einigen Lebensmitteln aufgrund von darin enthaltenen hemmenden Stoffen, wie beispielsweise im Spinat, wo nur etwa 5% absorbiert werden. Mittlere Absorptionsraten in Höhe von 20-30% findet man in pflanzlichen Lebensmitteln wie Nüssen, Samen und Hülsenfrüchten und sehr hohe Absorptionsraten um die 50-60% in einigen Gemüsen wie Grünkohl und Brokkoli. Obst wurde hier gar nicht genannt, denn sämtliche Obstsorten enthalten insgesamt nur sehr wenig Calcium, von daher ist es irrelevant, wie hoch bioverfügbar jetzt das bisschen Calcium in den meisten Obstsorten ist. Die durchschnittliche Bioverfügbarkeit von Calcium im Rahmen einer mischköstlichen Ernährungsweise beträgt etwa 30-50% und wurde bei der Kalkulation der Zufuhrempfehlungen der Dachreferenzwerte aus dem ersten Calcium-Video bereits mit einberechnet und muss damit nicht extra beachtet werden. Nun aber zurück zu der ursprünglich gezeigten Grafik, die wir jetzt im Detail noch besprechen werden. Für die geringere Bioverfügbarkeit von Calcium aus gewissen pflanzlichen Lebensmitteln sind sekundäre Pflanzenstoffe wie die Phytinsäure in Vollkorngetreiden, Hülsenfrüchten und Samen sowie die Oxalsäure, beispielsweise im Spinat, Rhabarber oder Mangold verantwortlich. Allerdings legen zumindest erste in vitro Untersuchungen den Schluss nahe, dass es bei kontinuierlicher Zufuhr von Phytinsäurehaltiger Kost im Rahmen einer pflanzenbedoenden vollwertigen veganen Ernährungsweise zu einer Anpassung des Organismus bzw. genauer gesagt des Mikrobioms kommt. So könnte eine pflanzliche Ernährungsweise zu einer Veränderung der Darmflora führen, durch welche nach ausreichender Anpassungszeit ein großer Teil der Phytinsäure durch die von den Mikroorganismen im Verdauungstrakt produzierten Phytaseenzymen abgebaut werden könnte. Anders sieht das Bild vermutlich bei der Oxalsäure aus. Hier gibt es nach meinem Wissen keine Daten, die zeigen, dass man langfristig sich mit dem Organismus bzw. dem Mikrobiom anpassen kann, um die hemmende Wirkung der Oxalsäure auf die Calciumabsorption zu kompensieren. Aber es gäbe die Möglichkeit, entweder die Oxalsäureärmeren Calciumlieferanten zu präferieren oder zukünftig jene sehr oxalsäurereichen Lebensmittel einfach Oxalsäureärmer zu züchten, um hier die Calciumabsorption zu verbessern. Die Reduktion des Oxalsäuregehalts war bis dato einfach nicht im Fokus der Spinatproduzenten und so wurde der Thematik auf Seite der Produzenten einfach wenig Beachtung geschenkt. Dass eine züchterische Reduktion aber durchaus möglich wäre, zeigt beispielsweise ein Versuch aus 2009, in dem Spinat mit etwa einem Drittel bis einem Sechstel des Oxalsäuregehalts im Vergleich zu herkömmlichem Spinat produziert wurde. Laut den Aussagen von den Wissenschaftlern ist es möglich, durch gezielte Züchtung gleichzeitig ertragreiche, aber eben Oxalsäurearme Spinatsorten zu erhalten und damit Spinat zum guten Calciumlieferanten werden zu lassen und zukünftig die potenziell negativen Effekte von zu großen Mengen an Oxalsäure zu vermeiden. Auch in anderen oxalsäurereichen Lebensmitteln wie dem Rhabarber ist der genaue Gehalt an Oxalsäure-Sorten abhängig und kann auch durch Züchtung reduziert werden. Oxalsäurearme Sorten können zudem so gezüchtet werden, dass trotz Oxalsäurereduktion keine geschmacklichen Einbußen in Kauf genommen werden müssen. Das sind die zwei relevantesten hemmenden Stoffe auf die Calciumabsorption, die kann man natürlich reduzieren oder vermeiden. Es gilt aber vor allem einen Fokus auf jene Stoffe zu setzen, die die Absorption fördern und die gucken wir uns jetzt im Detail an. Der vermutlich wichtigste Stoff unter den Aufnahmefördern von Calcium ist das Vitamin D, das die Calciumabsorption verbessern kann. Darüber hinaus helfen auch gewisse organische Säuren wie die Zitronensäure in Zitrusfrüchten und Paprika oder die Apfelsäure in Äpfeln und Aprikosen, denn diese können die Calciumaufnahme ebenfalls erhöhen. Ob Vitamin C wie beim Eisen die Calciumabsorption wirklich begünstigen kann, ist fraglich, da manche Untersuchungen das zwar gezeigt haben, andere wiederum es verneinen. Auch wenn kalciumreiche vegane Lebensmittel wie Pflanzenmilchprodukte fermentiert werden, wie man es beispielsweise bei den Sojajoghurts kennt, kann durch die Auswahl der richtigen Joghurtkulturen grundsätzlich die Calciumabsorption noch weiter verbessert werden. Auch die gleichzeitige Zufuhr von gewissen präbiotisch wirkenden Ballaststoffen wie zum Beispiel Inulin aus Lauch, Spargel, Zwiebel, Weizen, Knoblauch, Chicory und weiteren, zeigt eine fördernde Wirkung auf die Calciumabsorptionsrate. Wie beim Eisen auch wirkt beim Calcium ebenso Nahrungsproteinaufnahme fördernd und damit am Ende positiv auf die Knochengesundheit. Dieser Umstand ist besonders interessant, weil man selbst in der Wissenschaft Jahre und Jahrzehnte davon ausging, dass eine steigende Nahrungsproteinzufuhr schlecht für den Knochen wäre, weil man gesehen hat, je mehr Protein, vor allem tierisches Protein, aber generell Protein man zu sich nimmt, desto mehr Calcium scheidet man über den Urin aus. Man hatte Sorge, dass damit Protein negativ auf den Knochen wirkt. Das ist mittlerweile widerlegt und von daher würde ich auch dazu raten, dass man in der veganen Bewegung nicht mehr das Argument bemüht, dass beispielsweise Milch mehr Calcium aus den Knochen löst, als es überhaupt zuführt. Wir haben über das Thema schon einmal gesprochen in einem früheren Video, weil es gerade thematisch passt, blenden wir den Schnipsel dazu kurz ein, dann sieht man auch nochmal die gesamten Studien zu dieser Thematik. Ein gutes Beispiel hierfür ist die zwar eigentlich veraltete, aber in der veganen Community immer noch verbreitete Hypothese, dass der Konsum von Kuhmilch nicht nur nicht genügend Calcium für starke Knochen liefert, sondern den Knochen sogar mehr Calcium entzieht, da die hohe Menge an Protein sozusagen säurebildend wirkt. Das wird unter anderem damit begründet, dass in Korrelationsstudien gezeigt wurde, dass Länder mit einem hohen Milchkonsum, zum Beispiel skandinavische Länder, eine höhere Frakturrate haben als andere Länder mit weniger hohen Milchkonsum, wie zum Beispiel asiatische Länder, die eine niedrigere Frakturrate haben. Das schien damals auch vollkommen logisch, wie Lichtblick immer wieder sagt, weil man glaubte, dass eben durch die erhöhte Säurelast, durch das tierische Protein zum Abpuffern einfach Calcium aus dem Knochen entzogen wurde und somit erklärte sich dann auch die höhere Ausscheidung an Calcium über den Urin, wenn man Probanden in Untersuchungen höhere Mengen an Protein gegeben hat. Das heißt, selbst in Fragestellungen, die wirklich auch für alle Wissenschaftler damals logisch klangen, wo wir eine Beobachtung haben, wo wir einen biochemisch plausiblen Mechanismus haben und auch noch Beobachtungsstudien, die genau das bestätigen, zeigt sich dann in anderen Untersuchungen, die zum Beispiel durch sogenannte Calcium-Isotop-Studien wirklich genau den Weg des Nahrungskalcium und den Einfluss des Proteins darauf verfolgen, dass die Beobachtung nichts anderes ist wie eine Korrelation, ein Zusammenhang, allerdings ohne einen kausalen Wirkungsmechanismus. Denn zum einen gibt es einmal abseits des Milch- und Calciumskonsums noch dutzende weitere Nährstoffe, die für unsere Knochengesundheit wichtig sind und sie alle können einen Einfluss auf die Frakturrate haben. Außerdem haben unterschiedliche Länder unterschiedliche Mengen an Sonnentagen und damit haben sie eine unterschiedliche Menge an endogener Vitamin-D-Synthese, die wichtig ist für die Knochengesundheit. Außerdem spielt eine unterschiedliche Körpergröße zwischen unterschiedlichen Bevölkerungen eine Einflussgröße in Bezug auf das Frakturrisiko. Die Genetik spielt eine Rolle und vieles weitere wird in der Beobachtung oft übersehen, wenn man einfach nur die Frage stellt, wir sehen durch mehr Kummikonsum höhere Frakturraten. All das wird da einfach übersehen. Durch die zuvor angesprochenen Calcium-Isotop-Studien konnte letztendlich nicht nur gezeigt werden, dass es hier keinen kausalen Zusammenhang gibt, sondern es konnte auch erklärt werden, welcher Mechanismus wirklich dahinter steckt. Denn man hat gesehen, Protein wirkt ganz einfach aufnahmefördernd auf Nahrungskalcium und so wird in Lebensmitteln wie Kuhmilch einfach durch das Protein in der Milch das Calcium extrem gut aufgenommen und dann gelangt einfach so viel Calcium in die Blutbahn, dass darüber einfach mehr über den Urin dann über die Nieren ausgeschieden wird, aber es ist nicht Calcium aus dem Knochen. Das war's in diesem Video zum Thema der Absorptionsförderung von Calcium im Rahmen einer veganen Ernährungsweise. Wenn man noch mehr zum Thema der veganen Ernährungsweise erfahren möchte, kann man das sehr gerne in meinem Vegan-Klischee-D und im Vegan-Klischee-D Kochbuch tun. Außerdem in unserem Online-Kurs der Nutrition Masterclass mit dem Sebastian Kubin und weiterhin in meinen 4-Tages-Ernährungsseminaren Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch Pflanzenernährung in Berlin. Und wie gewohnt erscheint jeden Mittwoch um 16 Uhr ein neues Ernährungsvideo hier auf diesem Kanal. Von daher sehr gerne den Kanal abonnieren und liebe Nachrichten aktivieren, um zukünftig kein neues Video mehr zu verpassen. Das war's von mir in diesem Video. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen und wünsche bis dahin alles Gute und beste Gesundheit.